Ihr Lieben, ich freue mich wirklich sehr, denn Thomas hat mich eingeladen zu seinem Podcast Einfach Anders und wir hatten wirklich ein wunderschönes Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet und hoffe, ihr hört rein Einfach Anders mit Thomas Anders. Danke, lieber Thomas, dass ich dabei sein durfte und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören. Euer Erik. Wo ihr am liebsten Podcasts hört. Hört doch mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Euer Thomas Anders.